Nun die Begegnungen im Einzelnen zwischen dem KSV Haslach und der RGLA vorstellen. Im griechisch-römischen Stil 26 Kilogramm für den KSV Haslach Nico Schwendermann für die RGLA den Schell. 29 Kilogramm im freien Stil für den KSV Haslach Kevin Reis für die RGLA Louis Fennig. 31 Kilogramm im griechisch-römischen Stil für den KSV Haslach David Damm für die RGLA David Welsch. 34 Kilogramm im freien Stil für den KSV Haslach Kevin Wölfle für die RGLA Christian Hubert. 42 Kilogramm im freien Stil für den KSV Haslach Manuel der Heidel für die RGLA Victor Hubert. 46 Kilogramm im griechisch-römischen Stil für den KSV Haslach Jonathan Epple für die RGLA Marc Fischer. 50 Kilogramm im freien Stil für den KSV Haslach Timo Stüffel für die RGLA Konstantin Demaiev. 60 Kilogramm im griechisch-römischen Stil für den KSV Haslach Felix Stüffel für die RGLA Richard Schumann. Und 76 Kilogramm im freien Stil für den KSV Haslach Kevin Goma für die RGLA Ferit Bektasli. Also ich habe einen Koffer.